Frau Kimming, wir wollen noch gern über ein anderes Thema reden, nämlich über den Militäreinsatz in Syrien. Es gibt zum einen jetzt die Frage nach der AVEX-Aufklärungsflugzeuge, die jetzt von nordrhein-westfälischen Gallenkirchen ins türkische Konja verlegt werden. Da gibt es jetzt schon eine Diskussion darüber, ob das zustimmungspflichtig oder nicht ist, ob das Parlament da zustimmen sollte. Wie stehen Sie dazu? Also wir finden generell, man muss alles vermeiden, was den Eindruck erweckt, dass Krieg jetzt oder Militäreinsätze so sind, was man mal so nebenbei am Kabinettstisch durchwinken kann. Sondern wir meinen immer, dass das Parlament zustimmungspflichtig ist, damit auch jeder Abgeordnete sich selber vor seinem Gewissen fragen muss, möchte ich eine Zustimmung zu einer weiteren Militarisierung der deutschen Außenpolitik leisten. Aber es geht ja um die Sicherung des türkischen Luftraumes. Und wenn wir jetzt über die Türkei reden, können wir ja mal inhaltlich reingehen in die Frage. Also es ist ja eh höchst fragwürdig, die Politik, die gerade in der Türkei betrieben wird. Also der Präsident Erdogan führt ja einen Bürgerkrieg im eigenen Lande. Das ist natürlich, aber darüber müssen wir reden, weil damit, warum wird denn jetzt nach diesem Einsatz gerufen? Weil die Türkei ein NATO-Bündnispartner ist. Aber die Türkei verstößt selbst gegen die Regeln der NATO. Denn Waffen, die sie geliefert bekommen haben zur Landesverteidigung, wenden sie gegen die eigene Bevölkerung an. Also im Südosten wird ein Bürgerkrieg geführt gegen Kurdinnen und Kurden. Da werden nicht nur Kämpfer erschossen. Jetzt ist auch in den letzten Tagen ein Großvater mit seiner Enkelin von den Erdogan-Truppen getötet worden. Und deswegen haben wir gefordert, ein Waffenembargo gegen die Türkei zu verhängen. Und noch eine konkrete Frage, Ihre Parteikollegin und Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht hat den Militäreinsatz der Bundeswehr in Syrien verglichen mit den Terroranschlägen in Paris. Sie hat gesagt, das eine ist individueller, das andere staatlich verantworteter Terror. Hat der Deutsche Bundestag also einen Terroreinsatz beschlossen und sind die Abgeordneten eigentlich Terroristen dann? Wie stehen Sie dazu? Sie hat es ja nicht gleichgesetzt. Sie hat auf einen Mechanismus hingewiesen, den ich teile. Und zwar Militär und Terror bedingen sich gegenseitig. Also diese schrecklichen Terroranschläge in Paris. Der IS hat das ja nicht aus heißblütigem Impuls heraus gemacht, sondern da gibt es ein Kalkül dahinter. Sie setzen geradezu auf Bombenreaktionen des Westens. Das nutzen sie dann wieder für ihre schreckliche Rekrutierungspropaganda. Aber hat der Bundestag Terror beschlossen? Der Bundestag hat sich für einen Militärschlag entschieden und das Militärschlag wird Terrorbanden weitere Mitstreiter und Mitkämpfer in die Hände treiben. Und insofern ist es falsch. Ich bin dafür, Terror energisch zu bekämpfen. Aber Terror bekämpft man nicht mit Bomben. Vielen Dank, Frau Kipping. Das war's.